Die Kerze, die du anzündest, zünde sie für dich an. Und weißt du, sie ist eine von vielen. Sie ist Teil eines Lichtermeeres. Der Advent kann auch schrill und grell sein. Aber mach ihn doch so, dass er zu dir passt. Denn Gott kommt zu dir. Mitten in der Dunkelheit leuchtet ein Licht. Mitten in der Dunkelheit leuchtet ein Licht. Kündig große Freude an, siehst du es nicht. Öffne deine Herzenstür, mache sie weit. Weil die Liebe Einzug hält in dieser Zeit.